Ja, hallo Filmfans, willkommen bei meinem neuesten Video. Diesmal geht es um ein Original und ein Remake von einem sehr bekannten Film, von einem allseits beliebten Film, von einem sogenannten 131er, der Hitzener in Deutschland beschlagnahmt ist. Und, ja, die Rede ist einfach von Wes Cravens, The Last House on the Left. Hier in der Version von XT Video, Strong Uncut. Es gibt noch eine sehr stark geschnittene JK-Version für den deutschen Markt und dann gibt es noch eine stark geschnittene, glaube ich, 16er-Version. Ja, das hier auf jeden Fall ist die Uncut-Fassung. Der Film ist ungeprüft, ja, ist natürlich nur für den Verkauf in Österreich. Und der Film geht 84 Minuten. Ja, auf jeden Fall ist Sean S. Cunningham hat ihn produziert und Wes Craven hat ihn gedreht. Und ich muss sagen, es ist ein wirklich krasser Film. Es ist ein Rape-and-Revenge-Movie, sowas wie Spuck auf dein Grab. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, sehr krass. Und hier ist das Innere. Hier ein Behind-the-Scene. Und diese geile Warnung, die auch von dem Trailer, It's only a movie, it's only a movie, it's only a movie. Ähm, ja, also der Film geht schon ziemlich ans Eingemachte. Es sind zwei Scheiben. Das ist die Bonus-DVD und da oben ist die Film-DVD. Ja, den Film kennt man auch unter einem anderen Titel, und zwar Mondo Brutale. In dem Film geht es eigentlich darum, dass zwei junge Mädchen in die Großstadt gehen, eigentlich nur ein bisschen Spaß haben wollen, dann so an ein paar Typen geraten, nicht wissen, dass es eigentlich Gangster sind, Kriminelle, ja, mit denen erst Spaß haben und die Kriminellen dann später mit ihnen Spaß haben, auf ihre, ja, extrem sadistische und perverse Art und Weise. Die beiden werden auf jeden Fall, ähm, ja, gequält, vergewaltigt und dann auch noch ermordet. Und, äh, dann suchen die, äh, Täter Unterschlupf und, ja, landen dann bei einem Elternhaus von einem der Mädchen und die Eltern drehen dann gewaltig den Spieß rum. David Heath spielte den Oberfiesling, den Crook, absoluter sadistischer Kerl, kann ich nicht anders sagen. Und von der Umsetzung her ist es schon, also, es ist, ähm, es ist schon starke Kost. Also, das ist wirklich, äh, ein Schocker hoch 10. Ähm, vor allem in psychologischer Hinsicht. Also, es gibt, äh, weniger Gewalt 10, aber halt, der meiste Schrecken entwickelt sich im Kopf. Also, ich fand den Film wirklich heavy. Ähm, und, ja, und da ist nochmal die Inhaltsangabe. Genau, Mary und Phyllis, die waren zum Konzert nach New York und da graben sie leider in die Fänge dieser mörderischen Gangsverbande. Ja, das muss ich mich sagen. Auf jeden Fall, die Veröffentlichung, es gibt nur andere, äh, veröffentlichte Versionen von dem Film von XT-Video, aber ich muss sagen, die ist auch wirklich hübsch. Obwohl man aufpassen muss, dass es, das Ganze ist, geht auch irgendwann mal hier mal ein bisschen in die Brüche. Auf jeden Fall, zwei DVD-Titel, kliesslich ohne. Ja. So, und das war halt die Steilvorlage. Und dann kommen wir natürlich zum Remake. Ja. Man sieht ganz klar von den Machern von Freda 13 und The Hits of Ice. John S. Cunningham und Wes Craven hat die haben ja mitproduziert. Und ich muss sagen, neben dem, äh, Remake von Cravens, äh, The Hits of Ice, ist dies, ja, ähm, ist dieses Remake auch wirklich sehr gut gelungen. Hier liegt eine Extended Version vor, mit bisher nicht gezeigten 10. Und das, das Ganze ist die Schweizer Version. Also mit 18. Es gibt, glaub, es gibt eine deutsche Verleihversion, die hat vorne, äh, auf dem Titel Cover, Spio JK, keine schwere Jugendfreigabe. Also der Film ist in Deutschland, äh, für einen Verleih rauskommen, auch nicht für einen Verkauf. Ähm, ja, weil die Gefahr der Indizierung wohl zu hoch ist, aber irgendwann wird der Film indiziert. 100 Pro, der Extended Version geht ca. 5 Minuten länger. Ja, Regie hat, äh, Dennis Elidias geführt. Äh, äh, ein griechischer Regisseur, der vor 2005, ähm, Hardcore gedreht hat. Also, äh, The Last of Us Left, das Remake von 2009, ist bis jetzt seine zweite Regiearbeit. Und ich muss sagen, dass Craven nach Aja, äh, diesmal Elidias, äh, den Job gegeben hat, also am europäischen Regisseur, finde ich wirklich beachtenswert. Weil der macht seine Sache wirklich gut. Bilder, Schnitt, Ton und auch, äh, die Darsteller sind auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Der Film macht wirklich was her. Ähm, und was ich mal sagen, von der Atmosphäre her steigert er sich erst zwar nicht bei Weitem so dreckig wie das Original, aber, ähm, in Sachen grafischer Gewalt ist er auf jeden Fall um einiges heavier. Also, ähm, ähm, am Ende, in der letzten Malwitzschunde packt er, äh, Elidias die Keule aus und, äh, ja, da dürfte so man starbeseitigt dann doch mal schlecht werden. Und vor allem die Schlussszene, finde ich wirklich krass. Ja, und hier sind unsere, ja, unsere bösen Verbrecher Aaron Powell. Ähm, ähm, der spielt, ähm, auch in der Serie Breaking Bad mit. Ja, dann Ricky Lindholm, dann, da ist der Krug-Darsteller, der Garrett Dillahant aus No Country for Old Men oder der, äh, Terminator-Serie, der Sarah Connor Chronicles und Spencer Treat Clark. Ja, das sind schon Jahre her. Ich kenne, ich weiß noch, wo er noch kleiner war und halt in Gladiator mitgespielt hat oder in M. Night Shyamalan's Unbreakable. Auf jeden Fall, ja, man sieht, er ist erwachsen geworden. Ja, und, äh, hier sind noch weitere Szenen, Bilder, Szenen. Ja, da sieht man, hier ist die Story ein bisschen anders. Eigentlich, ähm, 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 wollen, ja, wollen Mary und ihre Freundin, die wollen nur, äh, ein bisschen Spaß haben und dann kommt halt er und lädt sie halt ein bisschen aufs, äh, aufs Hotelzimmer, ein bisschen zum Kiffen ein und dann tauchen halt die anderen drei auf und dann wendet sich das Ganze ganz recht schnell und artet, naja, äh, wie beim Original bekannt, halt in diesen, in diesen Albtraum aus, wobei, ähm, das Ganze dann ein bisschen anders verläuft. Also, ähm, das ist hier kein 1 zu 1 Remake oder so vom Original, sondern der Film hat schon eine eigenständige Note und das finde ich auch gut. Ähm, ja. Also, definitiv, muss ich sagen, 1, nehmen Sie Hits auf 1, eines der besten Remakes, was ich jemals gesehen habe, was natürlich, äh, was natürlich nicht so toll hier ist. Das sind die Extras. Und veröffentlichen 10G noch, die Einblicke, das ist so ein ganz kurzes Mini-Video, mehr mit Film-Ausschnitten als mit irgendwelchen Interview-Einsprengseln. Die gibt es nur ganz knapp und das war's dann auch. Naja, immerhin, der Film ist hier in der längeren Version, die sowohl mehr Handlungsszenen auch wie ein bisschen mehr, ähm, ja, Gewalt enthält. Ja. Kann ich wirklich nur ans Herz legen. Wirklich guter, ähm, guter Hoffnung, der mehr in die Richtung Terrorfilm geht. Also, es ist schon wirklich krass, was man da sieht. Also, er ist auf jeden Fall von der Grafik her brutaler. Und das Original ist dreckiger. Aber ich kann beides für mich wirklich empfehlen. Und, ja, guckt, schaut es euch an. Wirklich krasse Unterhaltung. Wirklich. Ja. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Lord. Ciao.